Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Zum 25. Jahrestag Polens in der EU werden die Polen reicher sein als die Briten. Das verspricht der Präsident der polnischen Nationalbank, NBP, Adam Klappinski, in einer Nachricht auf der Plattform X. Laut Daten der Weltbank könnte das polnische Bruttoinlandsprodukt in fünf Jahren tatsächlich das britische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf übersteigen. Vorausgesetzt, das Wirtschaftswachstum beider Länder bleibt auf dem Niveau der letzten Jahre. Das gesamte Wirtschaftswachstum Polens der jüngsten Jahre bringt das Land näher an Platz 1 in Europa und damit in der Welt. Laut Klappinski ist das polnische Bruttoinlandsprodukt heute um mehr als 10 Prozent höher als vor der Pandemie. Zudem bleibe die Erwerbslosigkeit in Polen weiterhin sehr niedrig und gehörte zu den niedrigsten in der gesamten Europäischen Union. Auch die Reallöhne würden steigen. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.